Frankreich verkauft Kampfjets an Serbien Belgrad dockt an EU an Die Entscheidung Frankreichs, Kampfjets an Serbien zu verkaufen, hat in der EU gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige sehen darin eine Möglichkeit, Serbien näher an die EU heranzuführen und die Beziehungen zu stärken, während andere besorgt sind über die Unterstützung eines Landes, das sich nicht eindeutig gegen Putins Aggressionen positioniert. Die Regierung in Belgrad begrüßt den Kauf der Kampfjets als wichtigen Schritt zur Modernisierung ihrer Luftwaffe und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Landes. Serbien betont, dass es weiterhin auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft bleiben will, auch wenn es nicht alle Sanktionen gegen Russland unterstützt. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Verkauf der Kampfjets auf die Beziehungen zwischen Serbien, der EU und Russland auswirken wird. Es ist klar, dass die geopolitische Lage in der Region weiterhin komplex und herausfordernd ist, und die Entscheidungen der beteiligten Länder werden weitreichende Konsequenzen haben. Konsequenzen Konsequenzen Konsequenzen